Können Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit geben? Es gibt verschiedene Facetten von unserer Arbeit. Also von meiner persönlichen Arbeit eher, ich sag mal, viele Gespräche mit Unternehmern und Stiftungen und strategische Gespräche mit Mitarbeitern. Dann haben wir ein Leitungsteam, das genau zwischen Geschäftsführung und operativen Pädagogen arbeitet. Die sind dann sozusagen auch neben einem Berater, als auch einzelne bundesweit Aufgaben haben die, zum Beispiel Standortentwickler oder Projektentwickler oder Qualitätssicherer. Dann gibt es noch die Ebene im Chancenwerk, wo die operative pädagogische Arbeit gemacht wird. Das sind die pädagogischen Koordinationskräfte in den einzelnen Städten bundesweit. Und die sehen zu, dass die Arbeit, so wie wir es wollen, in den Schulen umgesetzt wird. Das Chancenwerk, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt eine Nachhilfe. Können Sie kurz sagen, was Sie genau machen für alle, die es noch nicht genau wissen? Also Chancenwerk hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen fachlich und persönlich voranzubringen. Entscheidend ist nicht, was wir machen. Das kann man vielleicht als Nachhilfe beschreiben oder Hausaufgabenbetreuung, vielleicht auch gerne Lernförderung. Viel entscheidend ist es, wie wir es machen. Wir haben dafür eine Methodik entwickelt, wo man quasi Bildungsketten oder Lernkaskaden definiert in einer Schule. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, mit älteren Schülern in der Schule zusammen und auch mit jüngeren Schülern. Das heißt zum Beispiel helfen die Studenten den älteren Schülern an der Schule und diese älteren Schüler müssen als Gegenleistung nicht Geld bezahlen, sondern sie müssen den Jüngeren helfen. Das heißt, es ist eher so Hilfe nehmen, Hilfe geben. Als Tauschwürdigin kann man auch das Wissen sehen oder die Zeit, aber nicht das Geld. Und das etablieren wir bundesweit in 16 Städten und 33 Schulen zurzeit. Und helfen dadurch mit 600 älteren Schülern 1.200 Kindern. Das hört sich nach einem großen Erfolg an. Wo sind da die Probleme im Alltäglichen durchführen? Probleme gibt es immer. Also wir sind da, um die Probleme zu lösen. Probleme sind Herausforderung für uns. Und ich habe die Erfahrung in den letzten zehn Jahren, ist es so, also ein Problem kann man nicht lösen, ein Problem kann man kleiner machen. Und ein großes Problem, wenn man daran arbeitet, sind eher mehrere kleine Probleme. Und wenn man daran weiterarbeitet, dann sind die so klein, dass man damit umgehen kann. Also jedes Problem, gelöstes Problem, bringt andere Probleme mit sich, aber die sind, ich sage mal, steuerbar oder kontrollierbar. Und Beispiele für Probleme kann ich Ihnen auch gerne nennen, von Schulakquise bis Umsetzung des Projekts, zum Beispiel mit Studenten, die dann Semesterferien haben oder Stundenpläne ändern. Ältere Schüler, die vielleicht unzuverlässig sein können. Oder Schulen, die uns vergessen haben, in den Stundenplan noch einzubauen. Oder Hausmeister, die vergessen, Türen aufzumachen. Also es gibt verschiedene Ebenen von Problemen. Eine wichtige Ebene wäre zum Beispiel die finanzielle Seite. Das heißt, es ist chancenwegs spendenorientiert. 80 Prozent der Gelder sind Spendengelder. Und diese muss man auch reinholen. Und das ist auch ein Problem, das man immer lösen muss. Sie haben eine große Aufgabe sich vorgenommen. Gab es ein Schlüsselerlebnis? Wie sind Sie dazu gekommen? Es gibt, glaube ich, verschiedene Schlüsselerlebnisse. Einmal etwas, was Unbewusstes ist, was ich immer wieder erlebt habe in Deutschland. Das heißt, ich habe selbst in der Schule oft hören müssen, dass ich es nicht hinbekomme mit der Schule, dass ich es nicht schaffen kann. Ich war für fünf Jahre in der Türkei. Als ich zurückkam, konnte ich kein Deutsch. Und dann hieß es halt, wenn du kein Deutsch kannst, kannst du auch nicht studieren. Ich habe das Gegenteil beweisen können. Es gibt aber auch so Schlüsselerlebnisse, wie zum Beispiel, ich wohne auf so einem Hochhaus, fünfte Etage. Wenn ich da runter gucke, sehe ich viele Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen. Und wenn man dann immer wieder hört, so wir machen, wir tun für die Integration, für die Bildung in Deutschland, aber ich sehe dann unten die Kinder, die dann doch nicht vorankommen, die dann vielleicht doch die Fehlerer dieser Gesellschaft sind, habe ich mich immer gefragt, wo bleiben die Hilfen? Warum erreichen diese Hilfen nicht meine Nachbarn? Was läuft da schief? Und was kann ich für mich tun? Was kann ich für meine Umgebung tun? Wie kann ich meine Welt ändern? Meine Welt, vielleicht meine Nachbarschaft, vielleicht mein Wohnviertel. Das waren so Schlüsselerlebnisse. Eine letzte Frage. Was ist Ihre Vision für die Zukunft? Was glauben Sie, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich denke, wir werden weiterhin so wachsen, wie in den einigen letzten Jahren. Ziel ist es, dass wir bundesweit in vielen, vielen Städten vertreten sind und auch in vielen, vielen Schulen. Ich sehe mich eher als Unterstützer für die Schulen mit Johnsonberg. Wir müssen halt den Schulen auch beibringen und zeigen, Mut machen, dass man quasi auch, wenn man auch viele Probleme in der Schule hat, trotzdem was Nützliches hinbekommen kann. Ich möchte die Schulen sozusagen aktivieren oder helfen bei Aktivieren. Ich möchte denen auch die Möglichkeit oder denen zeigen, dass man nicht nur halt defizitorientiert denken soll, sondern auch mal die Stärken der Schulen sehen muss. Also ich bin mir 100% sicher, jede Schule in Deutschland hat alles, was man braucht. Man muss es nur anders schalten. Ich bin Elektrotechniker. Man muss es anders verschalten, anders zusammenpacken, verketten. Das heißt, wenn ein Kind ein Problem hat, muss ich halt in der Schule jemanden finden, der das Problem für ihn lösen kann oder mit ihm lösen kann. Und als Gegenleistung muss ich denen, der die Lösung mitbringt, sozusagen auch etwas geben in die Hand, was er auch selbst braucht. Das heißt, wir matchen mit Johnsonberg mehr oder weniger. Wer braucht was? Wer kann was? Und wie können wir miteinander verbinden? Und wenn man das dann in einer Schule macht, bin ich mir sicher, dass eine Schule viel besser funktioniert. Und Johnsonberg sehe ich als sozusagen Unterstützer für die Schulen in der Zukunft, dass wir den Schulen halt beibringen können, vielleicht beraten können in der Schule oder begleiten können und Diagnostics entwickeln können, evoluieren können und so weiter und so fort, so dass die Schule in sich geschlossen wieder oder viel besser funktioniert, als wenn man halt die Arbeit nicht sieht. Eine letzte Frage, jetzt haben Sie es eben von selber angesprochen, Sie sind eigentlich Elektriker. Wie kam der Weg zum Chancenwerk? Gute Frage. Mein Vater hat eine Vision gehabt. Also mein Vater hat immer gesagt, ich soll irgendwas schaffen, ich soll studieren, ich soll erfolgreich sein. Und das habe ich halt irgendwie geschafft und habe mit meiner Doktorarbeit angefangen als Ingenieur an der Runde Bochum. Aber irgendwann sitzt man dann im Büro und denkt so, jetzt habe ich die Vision von meinem Vater erreichen oder von meinen Eltern erreichen können, aber ich muss doch selber eine Vision haben für diese deutsche Gesellschaft oder in der deutschen Gesellschaft. Wir hatten zahlreiche Diskussionen mit meiner Schwester Scherife, die auch heute hier dabei ist. Wie kriegen wir das hin und was haben wir gut gemacht, warum hat das bei uns funktioniert? Und dann kam sie halt zu mir 2004 und hat gesagt, hey Bruder, wir müssen irgendwas tun, packst du mit an. Ich so, okay, lass uns anpacken. Und so haben wir damit sozusagen gestartet. Ich wollte halt wieder zurückgeben in die Gesellschaft, etwas zurückgeben, vielleicht Glück zurückgeben, als Vorbild angegeben für die meisten ausländischen Kinder. So haben wir damals begonnen. Heute machen wir das für alle Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen. Ja, das waren mehrere Schlüssel sozusagen, erlebten Sie, warum ich das gemacht habe. Und ich habe davon sehr profitiert, dass ich Ingenieur bin. Sozusagen vielleicht nicht als Pädagoge an die Sache reingegangen, sondern einfach analytischer, einfach mathematischer. Und ich habe in meiner Doktorarbeit gelernt, ja, monatelang kann man an etwas arbeiten. An jeder Verzweigung muss man dann durchgehen, bis man halt eine Lösung kann. Wenn man nicht findet, dann muss man wieder zurück und dann einen anderen Zweig durchlaufen. Und so agieren wir auch im Chancenwerk. Wir geben nie auf. Bei uns gibt es keine Schubladensysteme, bei uns gibt es keine Abstempeln. Wir suchen immer nach einer Lösung. Und diese analytische Vorgehensweise oder Hereingehensweise hat, glaube ich, Chancenwerk, davon hat Chancenwerk viel profitieren können. Vielen Dank für diese schönen Schlussworte. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.